Was für ein Unterschied im Suchverhalten. Links der GBS sucht unruhig, nimmt den Kopf immer wieder hoch, lässt die meisten Leckerli liegen. Rechts ist das Suchverhalten intensiv, konzentriert, gleichmäßiges Tempo, jedes Leckerli wird genommen. Der Unterschied könnte man meinen, ist das Gelände, ist es in diesem Fall nicht, sondern andere Leckerli, die der Hund selbstständig sich rausgesucht hat. Wie das geht, dazu später. Jetzt kurz zu meiner Person. Ich bin Ute Falscher, trainiere seit über 20 Jahren Pferdenhunde und habe das Trainingsbuch Pferdenarbeit geschrieben. Ich mache Einzeltraining oder ihr könnt mich auch zu Pferdenseminaren in euren Verein einladen. Doch nun zum Thema von diesem Video. Welches sind die optimalen Leckerli für euren Hund? Zuerst einmal das bestimmte Hund. Natürlich fressen unsere Hunde fast alles, aber unterschiedlich gern. Und die Reihenfolge, welches Futter sie bevorzugen, das stellen wir mit dem Futterparadies fest. Zunächst suchen wir unterschiedliches Futter heraus, das sich für die Pferdenarbeit eignet. Also im Acker oder der Wiese kaum sichtbar ist. Das so groß ist, dass es der Hund gleich fressen kann und nicht erst kaut. Welches nicht feucht ist, damit sich Insekten wie Käfer oder Ameisen darauf nicht tummeln. Und das nicht stark riecht. Und das Wichtigste am Schluss, der Hund muss es ganz ganz lecker finden. Und wie wir das herausfinden, dazu gleich. Um das Futterparadies vorzubereiten, legen wir die Futterhäufchen nebeneinander aus. Abstand zueinander 15 bis 20 Zentimeter. So dass der Wind aber von vorne kommt. Führen dann den Hund an der Leine hin zu den Futterbrocken. Von links nach rechts, von rechts nach links. Im Gegenwind riecht er ja jedes Häufchen. Wir legen Wert darauf, dass der Hund auch jedes anriechen kann, aber nicht fressen. Dann gehen wir ungefähr 10 Meter zurück. Die Leckerli liegen jetzt da im Gegenwind. Der Hund riecht sie alle auf einmal. Und dann lassen wir die Leine los. Und der Hund darf raussuchen, in welcher Reihenfolge er die Leckerli frisst. Nico, der kleine Border Terrier, probiert erstmal ein paar Häufchen durch, lässt aber dann gleich wieder liegen. Geht zum nächsten und dann findet er hier außen das Trockenfutter und das wird jetzt erstmal komplett gefressen. Dann probiert er die anderen Häufchen durch, lässt aber immer wieder liegen. Das hier außen frisst er ziemlich komplett. Auch das scheint ihm sehr zu schmecken, die anderen wiederum deutlich nicht. Am Schluss zeigt er das Verhalten, was eigentlich jeder Hundeführer bei seinem Hund vermutet, dass er nämlich alles frisst. Aber es war deutlich zu sehen, dass er durchaus Vorlieben hat. Diese Vorliebe für bestimmte Leckerli können wir im Training nutzen. Es gilt immer genau den Hund zu beobachten. Welche Leckerli nimmt er als erstes? Frisst er sie komplett? Dieser Hund zum Beispiel arbeitet sich von rechts nach links und frisst zunächst alles auf. Man sieht erstmal keinen Unterschied. Ob er von rechts nach links anfängt, ist wahrscheinlich eher zufällig. Aber hier, diesen Haufen hat er übersprungen, mehr oder minder. Ein Teil lässt er liegen. Also auch dieser Hund macht Unterschiede, indem er die Leckerli mag oder auch nicht mag. Dieser Hund hat nur zwei Leckerli zur Auswahl, die zudem recht hell sind. Aber er muss Diät halten. Deshalb gibt es nichts anderes zum Fressen. Ja, hat man kurz gesehen, eindeutig der Blick zur Seite, nach rechts. Aber er würde die Leckerli bevorzugen, die er als erstes gefressen hat. Nur sind da leider keine mehr da. Im Notfall frisst er auch dann die anderen. Natürlich gibt es auch Hunde, die keine Vorlieben zeigen. Aber es sind verblüffend wenige. Ihr könnt dem Hund natürlich bei der Auswahl auch helle Leckerli anbieten. Die wären was, um an den Gegenständen ihn zu motivieren und zu belohnen. Bei diesem Schäferhund hatten wir den Eindruck, dass er am Anfang nicht so richtig die Leckerli wahrgenommen hat. Also haben wir den Vorgang nochmal wiederholt. Dann ihn weggeführt. Der Hund probiert von links nach rechts aus unserer Sicht alles durch, lässt von allem etwas liegen, arbeitet sich einmal durch, geht zurück, frisst da wiederum etwas. Das in der Mitte, das frisst er aber ganz. Ja, das ganz außen links ist überhaupt nicht nach seinem Geschmack. Auch hier sieht man deutlich die Vorlieben. Mit den Lieblingsleckerli eures Hundes könnt ihr seine Motivation intensiv zu suchen sehr gut steigern. Ihr könnt das gewünschte Verhalten, das gewünschte Suchverhalten sehr, sehr gut verstärken. Also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Hund dieses Verhalten immer wieder zeigt. Ihr könnt gezielt die Aufmerksamkeit des Hundes auf die Dritte lenken, rechts oder links. Und ihr könnt auch die Belohnungen in der Intensität variieren. Verweist der Hund den Gegenstand zum Beispiel exzellent, dann gibt es das super Leckerli dafür. Verweist er den Gegenstand mit leichten Fehlern, also schräg oder die Pote ist auf dem Gegenstand, dann gibt es das normale Leckerli. Verweist er mit großen Fehlern, aber er verweist wenigstens, dann gibt es ein mittelprächtiges verbales Lob. Das war es wieder einmal für heute. Wollt ihr mehr Tipps für eure spezielle Situation für euren Hund haben, könnt ihr gern zum Einzeltraining kommen oder ihr ladet mich in euren Verein zu einem vierten Seminar ein. Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.